Guten Tag, mein Frau, Herrs und Lidlfrausi, es ist ein Zuzug des Chucky-Burgang-Warn-Zauber-Giblingen-Duger-Heißmusik und Ordner-Eder-Skipps. Aber ich hab'n Sie eine Stunde. Wann, wann, Herr, ich spreke zu das Erste und das, äh, Wohne, Herr, ich spreke zu das Erste und sag', wo was des, äh, Fräulein, ich was gesehen, du mit der Oren nackt? Und der Säcke, Herr, ich spreke zu das Erste und ich sag', schick' mir das nackt, das Fräulein, lass uns meine Frau! Oh, he, he, ich bin gelöscht von Gubernator, ich hab'n die Stinger! Ja, nah, diesmal ich bin gelöscht von, ich spreke zu, ja, so, die Säcke. Wenn ich nie wiederkomm' bin, ich war'n Böckst, Brudel. Ah, da ist Fräulein in mein Mantine, aber ich schick' mein Sam-Brown-Belt. Und Rudolf Tresdno-Schnauger. Ich bin gelöscht von meinen Fans, Freund, you are sometimes embarrassed when du is looking at the laundry. You are sometimes ashamed when the laundry woman is just seeing this. Again, when you are dancing, you are schwezen. When you are asking the four lines of God to have a little schnitzel with you, the four lines are giving you the brush, huh? Thank you, Sheldon. Oh, yes. Fine, if you are disgusted, getting the fifth. Fifth is the sprayed orange that makes you come off like a lily from the valley, even. The fifth is causing in this raw pipe water bottle, 18 pennies for this size, and 250 pennies for the large tank car size. And remember, fifth is nine the roll-on, and fifth is nine the cream. Then do it. Getting fifth, you is getting the peanut sprayed orange to make you fine and fresh again, even worse than wearing it. Simply remove the top, and when you squeeze the sides, out comes the peanut spray.